Kisomba-Tanzlehrer per Termin. Hier geht es um deinen Kisomba-Tanzerfolg und darum, dass du Kisomba tanzen lernst über Privatstunden an eigenen Verwänden, indem ich als Tanzlehrer zu dir nach Hause komme und dafür sorge, dass du Kisomba tanzen lernst. Wunderschönen guten Tag dir. Hallo, hallo, sei gegrüßt. Gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McRae. Und ich sage es den Menschen immer wieder und gerne auch dir, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen Kisomba tanzen lernen. Hier geht es also um deinen Kisomba-Tanzerfolg und das ganz einfach, ganz bequem bei dir in deinem eigenen Verwänden bei dir daheim. Wenn es für dich in Frage kommt, über mich, dem ADTV, IHK, World Dance, Conceal, Gütesiegel, ausgebildeten Privatstanzlehrer, Kisomba-Privatstunden für dich zu beanspruchen, wenn das für dich interessant ist, dann der Vorschlag, lass uns in Kontakt kommen für deinen Kisomba-Tanzerfolg und da besprechen im Telefonat, wie wir dich am besten nach vorne katapultieren und dafür sorgen, dass du tänzerisch deine Ziele erreichst. Hierfür die Nummer für deinen Kisomba-Tanzerfolg ist die 017684044661.